Vegetarier leben nicht länger, die sehen nur älter aus. Eine moderne Hochleistungskuh produziert in ihrem Leben bis zu 100.000 Liter Milch. Das ist so schön! Und die herrliche Traune! Was hältst du von Bodenhaltung? Gar nichts! Eierkopf! Wieso? 6.000 Frauen alle durcheinander! Hey, entspann dich! Ich bin total relaxed! Das Fleisch, es schafft! Die Manneskraft! Das Tier in mir! Es wird zu dir! Was könnte so gut sein? Und wie geht mir nur die Scheiße hin? Und wie geht mir nur die Scheiße hin? Was? Ja, ja. Kein war kein Fleischfresser. Abel aber war kein Spruder.